Hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, herzlich willkommen bei Inbalz Terro. Ich wollte jetzt mit der Wassermannlegung anfangen, aber dann kam die Gerichtskarte. Ich sag's mal so, ich hab mir überlegt, ob ich heute eine Legung machen soll oder nicht. In Bezug auf Halloween. Also Halloween ist, klar, wir kennen's mit Kürbis und Trick or Treat und solchen Dingen, ja. Aber Halloween ist eigentlich ursprünglich, also soweit man weiß, ist Halloween ursprünglich bei den Keltern, bei den Kelten, die Feier zum Sommerende. Der Sommer endet und man feiert es mit Halloween und die Kelten gingen davon aus, dass gerade an Halloween die Toten unter uns schwieren. Ja, also die Geister der Toten am meisten unter uns schwieren und deswegen verkleidet man sich dann, damit diese Toten einen nicht erkennen, sozusagen. Und um sich zu schützen vor bösen Geistern oder ähnliches. Also ich weiß da auch nicht genau, ich weiß nur, oder es ist das, was ich gehört habe. Oder an Halloween ist das Tor zu den Toten am meisten offen, am weitesten geöffnet. Und ich habe da überlegt, ob ich da so eine Legung machen soll, die das Reich der Toten da betrifft. Die Sache ist bei mir einfach die, ich lege 365 Tage im Jahr und ich habe diese Verbindung die ganze Zeit. Also ich will da jetzt wirklich nicht angeben, aber für mich ist das ganz normal. Es gab da, es gab da in der Vergangenheit, gab es da Legungen, wo ich eine Figur da gesehen habe vor mir hier, in meinem Raum hier. Und diese Figur ich beschrieben habe und sie dann in der nächsten Karte erschienen ist. Eins für eins. Mit den roten Haaren, mit dem Herzen in der Hand und all das. Es sind schon verschiedene komische Dinge hier vor der Kamera bei mir passiert. Ich versuche dieses Thema möglichst immer zurückzuhalten, weil das etwas ist, das den Menschen Angst machen kann. Menschen vergessen manchmal, wegen wem sie hier sind und haben dann Angst vor Geistern. Die machen gar nichts. Die können gar nichts tun. Die haben nicht diese Macht in der materiellen Welt. Das sind einfach Energien. Wir haben unser Leben selbst in der Hand und da gibt es nichts, wovor man Angst haben muss. Auf jeden Fall ist Halloween das Tor zu den Toten und ich wollte vorhin die Wassermannlegung machen und da kam die Gerichtskarte. Tja, tja, ist rausgefallen. Und hier habe ich mit der Hohepriesterin das Intuitive, diese Kartenlegerin. Die Hohepriesterin ist die Kartenlegerin im Tarot und hier mit der Gerichtskarte haben wir ganz klar die Toten, die hier aus ihren Särgen hervorkommen und die eine Message haben. 1, 2, 3, denk an eine Zahl, 1, 2, 3, wähle eine Zahl, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Ich sollte da Orakelkarten hervorholen, Moment bitte. Ich lasse euch da teilhaben bei meiner Suche. Ich mache ja eh Minutenangaben unten, ja. Ich werde das jetzt nicht als Premiere veröffentlichen, ja, da muss man sich nicht alles angucken. Ich hole auf jeden Fall diese Karten hier hervor, Rabentaro. Raben sind gelten als Übermittler von der anderen Seite da, aus dem Reich der Toten. Ich habe hier noch, wie heißen die, Kristallballorakel, Taschenorakel, Kristallballtaschenorakel, okay. Was nehmen wir sonst noch? Ja genau, noch diese nehme ich auch noch. Das hier sind dann die, was, 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 die Seelenreisekarten, okay. Hast du eine Zahl gewählt, von 1 bis 3? Lass mich die Aufnahme noch rasch prüfen, jawohl, okay. Rabentaro, Kristallballorakel, die habe ich von Etsy. Okay, die habe ich von Etsy, das Rabentaro, kannst du googeln, dann findest du es, okay. Okay, das setze ich da so hin, das lege ich da hin. Hier haben wir Gerechtigkeit, ich muss hier die Aufnahme prüfen, so. Nein, Gerechtigkeit, hier haben wir das Urteil, das Gericht hier, da kommt vom Reich der Toten kommt eine Nachricht. Okay, lassen wir das mal wegen der Energie hier so liegen. Und du, du, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, darfst eine Zahl wählen zwischen 1 und 3, okay. Einfach 1 wählen. Was du auch tun kannst, ja, du kannst auch sagen, Nummer 1 ist Opa, Nummer 2 ist Großonkel, Nummer 3 ist XY. Kannst auch mehrere Personen, ja, einfach pro Person, pro verstorbene Person eine Zahl, okay. 1 bis 3. Du kannst auch das Video pausieren, gell, und dir schön Zeit nehmen. Schauen wir mal Nummer 1 an. Hoppala, nee, jetzt wieder rein. Für Gruppe Nummer 1 bitte eine Message vom Verstorben, von der Verstorben an die Zuschauerin, an den Zuschauer. Meine Meinung zu solchen Dingen ist einfach, ja, so diese aktive Kontaktaufnahme mit den Toten, meine Meinung ist, dass das nicht okay ist. Ich habe es jetzt wirklich nur gemacht, ja, weil hier diese Karte gekommen ist, das ist dann, oder, nicht von mir antizipiert, sondern da kommt was durch und ich soll da schauen, oder, als Medium, okay, mache ich gerne. Ich persönlich finde, dass man die Toten ruhen lassen sollte, ja, das ist eine andere Welt, da gibt es keine Sehnsucht, keine, ah, wärst du doch nicht gestorben oder ähnliches. Das ist eine andere meditative Welt und wir Menschen in der realen Welt stören da nur, finde ich. Ja, wenn die was zu sagen haben, kommen sie schon zu uns, okay. Was haben wir hier für Gruppe 1? Glück, Happiness, Glücklichkeit, glücklich sein. Mir ist bewusst, dass glücklich zu sein, ein Zeichen dafür ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die der Verstorbene möchte dir sagen, dass du deine Check-Ups in deinem Leben anhand von Glück, das du fühlst, machen sollst. In welcher Situation auch immer du bist, du sollst stets abchecken, bin ich glücklich oder nicht. Ja, das wird dir den Weg zum richtigen Weg, das wird dir sozusagen den richtigen Weg zeigen. Daran kannst du erkennen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht, okay. Schauen wir mal. Eine Karte bitte für Gruppe 1 von der Verstorbenen, vom Verstorbenen. Dies ist das Zeichen. Dies ist das Zeichen. Vielleicht siehst du hier auf den Karten etwas. Ich habe hier Delfine. Siehst du, das sind alles Delfine. Hier habe ich ein Pentagramm. Gleichzeitig ist das auch in Münzenform. Ich sehe hier Magnolien. Halte Ausschau nach solchen Dingen. Ja, Magnolien sehe ich hier. Okay. Vielleicht sind hier auch meine Hände gemeint. Das jetzt höchste Zeit ist für dich, darüber nachzudenken. Nachzudenken, okay. Schauen wir mal. Wir schauen jetzt konkret hier. Was hat der Verstorbene, die Verstorbene, an die die Person aus Gruppe 1 denkt? Der Person aus Gruppe 1 zu sagen, bitte. Drei Karten, bitte. Vier der Kälte. Die Welt. Vier der Stäbe hier. Du sollst damit aufhören, Chancen zu verpassen. Es gibt da, eigentlich gibt es bei dir, da wo du dich befindest, da wo du bist, gibt es das Glück. Aber dadurch, dass du nach dem, was außen gewesen wäre, was außerhalb von diesem Heim, das du hast, gewesen wäre, dadurch, dass du immer wieder darauf schaust, vergisst du manchmal das Glück, das du hier hast. Das heißt, wenn du das, was da außen ist, als Glück siehst und das verfolgst, dann wirst du von dem abgebracht, was dich glücklich macht. Hier kommt, glücklich sein. Mir ist bewusst, dass glücklich zu sein ein Zeichen dafür ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist das Sein. Das hier ist das Zeichen. Das Zeichen ist, dass du bei dem oder da, wo du bist, da, wo du lebst, glücklich bist. Und deswegen ist das auch das Richtige. Du scheinst dir hier Gedanken darüber zu machen, ob es da draußen noch etwas anderes gibt oder Ähnliches. Aber du hast ja bereits das, was du haben möchtest, da, wo du jetzt bist. Okay? Das ist die Message von der Verstorbenen. Was genau willst du damit der Gruppe 1 sagen, bitte? Also, Gericht, Ast der Münzen, drei der Kelche hier. Siehst du hier? Ast der Münzen, Gerichtskarte ist hier. Hier haben wir auch Gerichtskarte. Wir haben hier drei Vögel, drei Raben, die empor fliegen. Drei Raben fliegen empor. Hier haben wir drei Raben, die aus drei Kelchen trinken. Moment. Ein Hinweis hier auf die Weltkarte hier. Hier diese drei Kelche. Wie oft wurdest du von jenen Subjekten, von denen du eben dieses Glück erwartest, schon ausgenutzt? Es kommt mir vor, wie wenn du zum Beispiel, oder das ist jetzt ein Beispiel, ich schaue hier für das Kollektiv, wie wenn du zum Beispiel immer wieder Freunde hattest, ja, und objektiv betrachtet, dass aber keine Freundschaften waren, diese Menschen dich eher ausgenutzt haben zum Beispiel. Und jetzt sitzt du da und du hast dann zum Beispiel, hast du jetzt zu Hause Kinder, ja, mega tolle Kinder, könntest toll mit ihnen spielen, Zeit verbringen, Hobbys nachgehen. Aber du denkst weiterhin an die Zeiten, als du noch Freunde hattest. Aber das hat dich ja nur ausgelaugt. Es hat dir, oder wenn du mal überlegst, wie du dich damals gefühlt hast, es waren ja immer Dinge, die dir, oder es waren immer Subjekte, die dir was weggenommen haben. Und jetzt aber bist du an einem Punkt, wo du eigentlich das Glück haben kannst, aber du siehst es momentan nicht, weil du an das denkst, was dich glücklich gemacht hatte, aber eigentlich nicht gemacht hatte. Okay? Lieber Verstorbene, liebe Verstorbene, was hast du Gruppe 1 in Bezug auf Beruf und Karriere zu sagen? Bitte, drei Karten, bitte. Königin der Münzen. Königin der Kelche. Gerechtigkeit. Du wirst erst dann das zurückbekommen, wenn du dich traust, das zu verfolgen, was dein Herz will. Ja. Wenn du das tust, oder wir haben hier die Waage, die gleichgestellt werden muss, hier Königin der Münzen, Königin der Kelche. Wenn du das tust, wo auch dein Herz dabei ist, wirst du das Gefühl haben, dass du zurück, oder für das, was du da tust, für das, was du da arbeitest, auch das Gerechte zurückbekommst. Bei allem, was du sonst tust, falls du zum Beispiel eine Investmentbankerin bist, obwohl du das nicht sein möchtest, ja, und Millionen im Jahr machst, hunderttausende Euro im Jahr machst, dann wirst du stets das Gefühl haben, dass du hier nichts vom Job zurückbekommst. Aber falls dein Herz für die Bäckerei schlägt und du da losgehst und Bäckerin wirst, dann wirst du auch bei einem niedrigen Stundenlohn das Gefühl haben, dass dir hier was gegeben wird, dass du was davon hast. Im Grunde solltest du schauen, dass du in Bezug auf Beruf und Karriere auf gar keinen Fall deine Jobzufriedenheit anhand vom Lohn messen solltest, sondern anhand von deinem Herzen, das dabei ist. Ob du das machen möchtest oder nicht, das ist bei dir ein wichtiger Faktor. Es gibt auch heutzutage, gibt es im Human Resources, ja, gibt es schon längst, eigentlich schon seit 20 Jahren ungefähr, ja, es sickert halt noch nicht zu allen Firmen durch, gibt es die Einsicht, dass der Lohn nicht das Einzige ist, was die Mitarbeiter glücklich macht, ja, die Angestellten glücklich macht. In der Vergangenheit hat man das gedacht und dann gab es Fälle, wo man den Angestellten mehr und mehr und mehr und mehr und Lohn gegeben hat, oder dann gemerkt hat, aber irgendwie, oder ist dieser Angestellte immer noch unglücklich, ja, und dann hat man sich gefragt, was es sonst noch für Faktoren sind. Und da sind dann auch immer andere Faktoren noch dabei und bei dir ist wichtig, dass du auch mit dem Herzen dabei bist. Sonst wirst du immer das Gefühl haben, dass du nichts zurückbekommst, ja. Der Lohn wird dir immer viel zu wenig erscheinen, ganz egal, wie viel du verdienst. Liebe Verstorbene, lieber Verstorbener, was hast du Gruppe 1 in Bezug auf die Liebe zu sagen, bitte? Drei Karten, bitte. Der Hierophant. Aha. Bube, der steht. Moment. Der Verstorbene, die Verstorbene sagt hier, wenn du auf mich gehört hättest, wenn du meine Ansichten, meine Meinung dazu ernst genommen hättest, hättest du jetzt nicht all diesen Seichter erlebt. Das Bube der Stäbe, Parche der Stäbe, Sechs der Schwerter, das sind all die schmerzhaften Dinge, die du durchgemacht hast. Und hier haben wir den Hierophanten. Siehst du diesen Raben, der dir den Weg zeigt? Es ist jetzt zum Beispiel die Oma, die sagt, bei Männern musst du, die damals zum Beispiel gesagt hat, bei Männern musst du auf das und das aufpassen. Und du dachtest immer, na gut, das ist halt die Oma, die ist halt aus anderen Zeiten. Und heutzutage denkst du dir, Oma hat ja recht. Oder wenn ich das beachtet hätte, dann hätte ich diesen Herzschmerz bisher nicht gehabt. Okay. Gehen wir über zu Gruppe 2. Ich muss Wasser trinken. Ah, wollt ihr, Gruppe 1, wollt ihr noch aus dem Buch hören? Ja. Solche Legungen kann ich holprig machen, weil es Minutenangaben gibt. Weißt du, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Gruppe 2, Gruppe 30 das gerade nicht antun muss. Ich lese dir hier vor. Es ist auf Englisch, ich muss simultan übersetzen, deswegen kann es auch ein bisschen holprig jetzt sein. Okay. Jetzt bei der Übersetzung Happiness, hier. Bevor du reinkarniert wurdest, hat deine Seele einen Fußabdruck für dich hinterlassen auf dieser Welt, eine Spur, eine Fußspur hinterlassen, die du in der physischen Realität verfolgen sollst. Ja, das hat deine Seele wie vorgeschrieben. Der einfachste Weg, um deinem Weg zu folgen, ist, deiner inneren Stimme zu folgen. Das Leben ist voller Auswahl, voller Entscheidungen, voller Möglichkeiten. Spirit, also das Geistliche, das eine unendliche Weisheit gibt, hat dir eine Emotion namens Glück gegeben, das dir als Wegzeiger dienen soll, als Kompass. Die Zeichen sind immer da, du musst aber diese anerkennen und den Mut haben, sie zu verfolgen. Fühlst du, während du diese Karte hältst, dass du ein Leben voller Glück lebst? In welchen Bereichen fehlt dir das Glück? Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um gegenüber deiner Seele ehrlich zu sein. Nicht gegenüber jemandem, nicht gegenüber mir, nicht gegenüber Spiegelbild oder so, sondern gegenüber deiner Seele, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Höre auf seine Sprache und schau dir genau an, was dich davon abhält, dieser Sprache zu folgen. Auch wenn es wehtut, musst du dafür sorgen, dass du komplett ehrlich bist. Sei dir bewusst, wie glücklich sein, wie das Glücksgefühl, jeden Aspekt in deinem Leben beeinflussen wird. Schau auch, ob es irgendjemanden in deinem Leben gibt, den du, die du auf das Gefühl von Glück hinweisen musst. Andere werden von dir lernen wollen und ob du es willst oder nicht, du könntest ihr Lehrer sein. Wenn du voller Liebe und Mitgefühl bist, bringst du nicht nur Freude in dein Leben, sondern bist dann ein Beispiel für die anderen. Sei ein Licht. Es kommt mir fast vor, wie wenn die verstorbene Person da in dir dieses Potenzial sieht. Ja, die regelrecht sagt, deine Mutter, dein Vater, die sind da nicht so, oder denen traue ich das nicht so, aber du könntest das. Dein Bruder ist auch nicht wirklich so, du kannst das. Bring du diesen Leuten das Licht. Finde du das Licht in dir, folge deinem Glück. Schau, dass du ein Leben lebst, das dich glücklich macht und bring diesen Menschen dieses Glück. Gib das denen, weil das spüre ich sehr stark raus, liebe Gruppe 1, so dieses, du kannst das, die anderen sind da nicht so gut darin. Es könnte die Großmutter sein, die sagt, meine Tochter ist da nicht so gut, du, liebe Enkeling, du, lieber Enkel, du könntest das, ja. Meine Tochter, die kann das nicht so. So, okay. Gut, Gruppe 2. Jetzt habe ich hier wieder ein Kartentower. Jetzt ist es auch, Moment. Okay. So, Gruppe 2. Hier mache ich Timestamp. Zeitstempel mache ich hier. Gruppe 2, Gruppe 2. Eine Message bitte von der Verstorbenen, vom Verstorbenen, an die Gruppe 2 denkt, bitte. An die, an die Gruppe 2 denkt. Eine Message von dieser Verstorbenen, Personalgruppe 2. Diese hier, okay. Humor. Konzentrier dich auf die Sonnenseite des Lebens, heißt es hier, ja. Ja, also das hier ist alles in Ich-Form geschrieben hier, aber ich nehme sie als Message von der anderen Seite. Die Message an dich ist Humor Humor. Wähle die Sonnenseite des Lebens. Konzentrier dich auf die Sonnenseite. Hier haben wir die Abbildung. Ich zeige es dir. Sieht dann so aus. Siehst du? Eine Kristallkarte bitte für Gruppe 2. Was ist die Message an Gruppe 2? Ja, aber umgekehrt. Die Antwort ist ja, aber umgekehrt. Diese Ja's, das sind ja so diese Möglichkeiten. So, geh da lang, geh da lang. Doch, das ist auch gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Das kommt umgekehrt. Du musst, oder hier haben wir eine Nacht, hier haben wir die Nacht abgebildet auf dieser Karte. Und indem du dich allzu sehr auf die Nacht konzentrierst, auf das Dunkle konzentrierst, geht das Kristalline. Ja, dein klarer Kopf da geht dadurch verloren. Du musst, die Möglichkeiten sind da, die Ja's sind da, aber du siehst sie momentan nicht. Du siehst die Sonnenseite nicht. Okay, wir müssen das unbedingt hier umkehren. Du musst dich ganz bewusst vom Dunklen verabschieden, ganz bewusst davon verabschieden, in schlechten Erinnerungen zu schwelgen, ganz bewusst davon verabschieden, dich ständig um deine Verletzungen zu kümmern. Ja, klar soll man sich darum kümmern, aber du scheinst so weit gegangen zu sein mittlerweile, dass du die Heilmittel nicht mehr siehst. Es ist wie wenn du eine OP-Wunde anschaust und anschaust und anschaust und Skalpell und Nähfaden und all das, dass du das alles nicht siehst. Okay. Man dir Antibiotikum hinhält und du, ich will aber diese Viren noch genauer anschauen. Okay. Du musst ein bisschen mehr an, mehr Lösungen, du musst lösungsorientierter sein. Ja. Du sollst schauen, was es bei dir zu verändern gibt oder was du verändern kannst. Okay. Schlechte Erinnerungen sind ein leidiges Thema, die kann man nicht verändern. Nimm die mildeste Erinnerung, nimm die schlimmste Erinnerung. Leute, ich schaue hier vor ein Kollektiv. Ich weiß, was Menschen durchmachen. Auch wenn es das aller, 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 aller schlimmste an Erinnerungen ist, dass ich niemandem wünsche, verändern kannst du nichts daran. Es ist passiert. Es ist passiert. Du kannst daran nichts mehr verändern. Ja. Das ist die Message an Gruppe 2, bitte, von der verstorbenen Person. Drei Karten, bitte. Page der Käse. Acht der Stäbe. Ja. Vier der Stäbe. Das ist also diese Positivität da, die dir sehr schnell Freude bringen wird. Bei acht der Stäbe geht es um Transparenz, bei vier der Stäbe geht es um Freude bei dir zu Hause, da wo du bist, da wo du deinen Lebensraum hast sozusagen. Mit Page der Käse haben wir eben diese humorvolle Annäherung, die es mit Humor nehmen. Ja. Ist ein bisschen eine schwierige Lebung, weil es wird jetzt allerlei Dinge geben. Es gibt da diesen türkischen Dichter. Es gab. Der war sehr, sehr berühmt. Can Yücel hieß der. Der ist heute noch sehr berühmt. Und da missen unser Goethe. Und der hatte zum Beispiel Krebs. Und Reporter haben ihn dann gefragt, ja, Herr Can Yücel, stimmt es, dass Sie Krebs haben? Und der meinte so, hey, hast du das Gefühl, dass ich einfach nur Grippe habe? Natürlich habe ich Krebs. Der großartige Can Yücel, der hat doch nicht einfach nur Grippe. Natürlich habe ich Krebs. So ein bisschen mehr mit Humor sehen. Sobald du dich dazu entscheidest, gewisse Dinge mit mehr Sarkasmus zu sehen, gewisse Dinge mehr mit Humor zu sehen, wirst du viel mehr Klarheit haben, wirst du viel besser dafür sorgen, dass du selbst halt auch im Glück bist. Weil ich spüre hier sehr viele Gedanken und Energien in Bezug auf außenstehende Personen. Und das kannst du ja nicht beeinflussen. Es kommt mir fast vor, liebe Gruppe 2, es kommt mir fast vor, wie wenn du da in deiner Wohnung sitzt und als Beispiel tolle Möbel hast, einen tollen Mann, der ist da in der Küche am Kochen für euch gerade und überhaupt deine Katze ist unglaublich süß und im Fernsehen läuft deine Lieblingsserie. Du sitzt da und bist aber schlecht drauf. Warum? Weil deine Schwester eine blöde Kuh ist zum Beispiel. Zucke da ein bisschen so mit den Schultern oder du musst da deine Aura ein bisschen mehr vom Dunkeln so schützen, eine Aura um dich kreieren. Am einfachsten geht das im Grunde, indem du dich fragst, womit du tagtäglich konfrontiert bist. Du öffnest nicht morgens deine Augen und siehst deine, zum Beispiel deine blöde Mama, falls du eine blöde Mama hattest. Das siehst du nicht. Du siehst den Wecker, du siehst dein Handy, dann siehst du deine Kaffeemaschine. Ah, Kaffeemaschine. Ist seit drei Monaten nicht entkalkt. Ja, Kopfdeckel. Das beeinflusst deine Lebensqualität. Entkalke es. Was siehst du dann? Kühlschrank. Ich mache es auf und nehme da ein Frühstück hervor. Okay. Und wenn siehst du dann? Ja, den Mann, der beeinflusst meinen Alltag. Ja, dann sei jetzt nett zu ihm. Solche Dinge, oder? Konzentrier dich auf das, was du in deinem Leben, ja, in deinem Alltag siehst. Okay. Was noch, bitte? Sechs der Münzen. Vier der Schwerter, ja. Ja. Königin der Schwerter. Zieh dich zurück von Menschen, die dir nur wenig zu geben haben und jedes Mal, wenn sie dir was geben, dir nur Schmerz geben. Das sind nicht mal großzügige Menschen. Also es sind, oder ich sehe ja in meinen Legungen großzügige und geizige Menschen, ja, und die halten vor allem ihre Zeit, ihre Ressourcen zurück. Bei dir sehe ich hier geizige Menschen, die, wenn sie mal geben, nur Herzschmerz geben. Die geben da nicht nur ein Cupcake anstelle von einem großzügigen Menschen, der dir sechs Cupcakes geben würde. Nee. Die kommen mit Schwertern und stechen dich. Schließt die aus deinem Leben raus hier, ja, raus in die Kälte, mach es dir drinnen gemütlich, Königin der Schwerter hier. Du bist hier ein bisschen mehr, also ich habe das Gefühl, dass du durchaus deine Lektion gelernt hast, ja, aber du musst die noch umsetzen. Sei ein bisschen Hardcore. Sei ruhig ein bisschen Hardcore. Oder sei ruhig faktenorientierter, ja. Lass dich da nicht irgendwie durch das Herz wieder in irgendetwas reinziehen oder ähnliches, ja, weil du ja so Mitleid hast und das, nee. Sei faktenorientiert und halt dich an die Fakten, ja. Evaluiere diese Menschen da nicht anhand von dem, was da in dir vorgeht, ja, so dieses, aber ich habe so Mitleid, ja. Nee. Evaluiere anhand von Fakten und dann wirst du schnell merken, nee, warte mal, zu dieser Person will ich keinen Kontakt mehr haben. Raus damit. Okay. Es muss nicht gleich Kontaktabbruch sein, aber du kannst diese Menschen hier aus dem Fenster verweisen, ja, und, und, und in deiner Energie stehen sozusagen. Lieber Verstorbene, liebe Verstorbene, was hast du Gruppe 2 in Bezug auf Beruf und Karriere mitzuteilen, bitte? Drei Karten, bitte. Beruf, Karriere, Finanzen, drei Karten, bitte. Königin der Stäbe. Hoppala. Okay, die ist jetzt hier gekommen, nach der Kälte. Ach, der Schwerter hier. Die verstorbene Person sagt hier, es gibt Situationen, es gibt Berufe, es gibt Jobs, von denen du dich abgekehrt hast, wo du ganz genau weißt, dass du das nicht mehr willst. Wir haben hier die Königin der Stäbe. Du weißt eigentlich genau, was du willst, sagt diese Person, aber du lässt dich hier aufhalten aufgrund von Unsicherheiten, die hier entstanden sind. Da, wo du nicht mehr bist. Das ist jetzt als Beispiel, oder das ist wie wenn du jahrelang unglücklich warst in deinem Job, als was zum Beispiel, als Schreinerin. Okay, du warst Schreinerin und du hattest da nur schlechte Erlebnisse und jetzt bist du an einem Punkt, wo du sagst, weißt du was, ich will Kindergärtnerin werden. Du weißt, was du willst. Du willst Kindergärtnerin werden. Aber, 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 ich habe da als Schreinerin das erlebt, das Gefühl, das war da, das ging da in mir vor, oder? Was, wenn das alles wieder passieren wird? Ja, solche Gedanken hast du, oder vielleicht warst du auch hier nicht sehr talentiert als Schreinerin und denkst dir, aber was, wenn ich es als Kindergärtnerin nicht schaffe? Das sind zwei Paar Schuhe, ja? Du, du, du weißt, was du willst, oder? Es gibt, es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, was sie wollen. Du weißt ganz genau, was du willst und, ähm, geh und, und, und geh da mal rein, ja? Da, wo du eben hin willst, geh da mal rein und bewerte es, nachdem du da was erlebt hast, ja? Du kannst hier nicht, ähm, eins zu eins die Vergangenheit da, ähm, anwenden, bei dem, was du in Zukunft haben möchtest. Kopf, das geht nicht mal bei gleichem Beruf in zwei verschiedenen Firmen, hm? Schreinerin bei Firma A ist was anderes wie Schreinerin bei Firma B, das kann man nicht vergleichen. Okay? Lieber Verstorbene, liebe Verstorbene, was hast du, ähm, in Bezug auf die Liebe der Gruppe zwei zu sagen? Bitte, drei Karten, bitte. Drei der Wüten. Mäßigkeit. Fünfte Erschwerter. Muss das sein, lieber Verstorbene, liebe Verstorbene, warum sagst du sowas? Moment bitte, liebe Leute. Der Gehengte. Der Gehengte. Ähm, ja, Ritter der Münzen. Okay. Ähm, wer es nicht hören will, soll die Ohren zuhalten oder einfach das Video jetzt halt, alter, schließen. Okay? Das ist die Message, die durchkommt. Kannst dich bei der Verstorben, beim Verstorben, ähm, beschweren. Mhm. Die Person, an die du denkst, ja, diese Person, äh, glaubt, dass du nicht bereit bist für eine Beziehung, dass du, äh, mehr Stabilität brauchst, mehr Grundlagen brauchst, eine bessere Basis brauchst, dass du erstmal dich selbst aufbauen musst. Und die verstorbene Person sagt, dass du, ähm, nur ein Durcheinander haben wirst. Ja, jedes Mal, wenn du da irgendetwas in der Liebe anfangen möchtest oder nicht, ähm, oder wir haben hier Fünfter Schwerter, bei dir wird stets ein Durcheinander sein, so wie du momentan aufgestellt bist, sagt diese Person, du musst dich zurückhalten mit der Mäßigkeitskarte hier. Wir haben hier den Gehengten und Dritter der Münzen hier. Es wird dann irgendwann schon der Zeitpunkt kommen, wo auch du bereit dazu bist, sagt die verstorbene Person. Aber, ähm, es ist jetzt noch nicht so weit. Du musst hier noch viel mehr, ähm, dafür tun, um eine Person zu sein, die, die eine Beziehung führen kann, eine feste Beziehung. Wir hatten das bei, bei welchen Zeichen war das? War das bei, bei Schütze oder bei Steinbock? Da war ein interessanter Ansatz, oder? Wir, 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 wir sitzen da und machen uns viele Gedanken darüber, was das Gegenüber alles mit sich bringen muss. Ja, der muss, der muss, der muss verlässlich sein, der muss, äh, klar im Kopf sein und der muss, der muss seinen angemessenen Job haben und all das. Aber wir fragen nie, ob wir das auch bringen können, ja? Ob wir den Mumm haben, ob wir die gleiche Regelmäßigkeit haben, ob wir es auch schaffen können, unsere Versprechen einzuhalten, ob wir auch schauen, dass wir, oder, unser Budget schön einhalten, unseren Job haben, da engagiert sind, unsere Rechnungen pünktlich, ja, wir sind da auch nicht immer, oder, äh, die heiße Ware sozusagen. Und, und, das ist ein interessanter Ansatz. Und, oder, die verstoffene Person hier sagt dir, du, ähm, oder liebe Gruppe 2, ähm, du, du musst zuerst schauen, dass du das zu bieten hast, was du von deinem Gegenüber anbieten, äh, erwarten würdest, ja? Weil sonst wirst du immer nur ein Durcheinanderständig haben. Auch wenn jetzt hier jemand kommen würde, der all das aufweist, was du erwartest, äh, der dir aufweist, was du erwartest, du würdest mit deiner Art alles, durcheinander bringen, sagt dieser Mensch. Okay. Das ist die Message von der, also, ja. Ich lese dir hier noch aus diesem Büchlein hervor. Er ist auf Englisch, deswegen wird die Übersetzung ein bisschen holprig, ja? Humor haben wir hier. Ich fokussiere mich auf die Sonnenseite des Lebens. Also, wir haben es ja auch hier gesehen, du scheinst, oder, mit der Schattenseite vor allem beschäftigt zu sein. Ich meine, siehst du das, wenn da ein Glück vor dir steht? Siehst du das, wenn, oder, diese Energie vom Aufbau, vom Zukunftsblick und all das, hast du das momentan? Hier, habe ich so umgekehrt. Das war umgekehrt hier auf dem Tisch. Okay. Schauen wir mal. Humor. Es gibt gewisse Bereiche im Leben, die deine Aufmerksamkeit benötigen. du musst aber auch lernen, du musst aber auch lernen, Spaß zu haben. Ignoriere nicht die Dinge, die du noch lernen musst, die dir Freude bringen und dich zum Lachen bringen. Und dich zum Lachen bringen. Neben dem wird auch dein physischer Körper, deine Emotionen, also dein Body, Mind and Soul, dein Körper, dein Kopf, deine Seele, dein Hirn, deine Seele, deine Gedanken, werden sehr profitieren von dieser Freude. Reiche die Hand aus nach Menschen, die dir ein gutes Gefühl in Bezug auf das Leben geben. Vermeide Zynismus und Pessimismus. Schau immer auf deine Tasse als halb voll anstelle von halb leer. Moment. Dieses endlose Gitter der physischen Dimension kann dein Bewusstsein verändern. Tu also dein Bestes, um glückliche Musik zu hören, um seelenbereichernde Fiktion zu lesen und schau darauf, dass du dich fernhältst von Filmen oder TV-Shows, deine Laune verdunkeln, verderben, verderben. Glückliche Menschen ziehen glückliche Menschen an, heißt es hier. Also mit diesem endlosen Gitter der physischen Dimension, ich meine, es gibt so viel auf der Erde. Also du könntest jetzt sofort, ich meine, wir haben jetzt das Zeitalter des Internets, das Internet demokratisiert Wissen. Vorher war zum Beispiel Wissen nur gewissen Menschen vorenthalten. Wenn man mehr über Eisbären wissen wollte, musste man da hinreisen und Eisbären beobachten. Und dann kam da vielleicht im Fernsehen mal eine Doku, aber auch nur um eine bestimmte Uhrzeit und dann musste man darauf warten und, und, und. Und dann konnte man da das sehen, was die vorbereitet haben für diese 40 Minuten im TV. Heutzutage ist das nicht so. Du könntest jetzt da in irgendeine Welt eintauchen und über Eisbären recherchieren, recherchieren, recherchieren. Es gibt zum Beispiel auch von der Mid University in den USA, das ist eine sehr hoch angesehene Universität, die haben Open Source im Internet. Du kannst da das Schulmaterial, das Studienmaterial, kannst du online studieren. Ohne Anmeldung, nichts. Kannst du dich einfach, oder, oder du, es gibt so eben dieses unendliche Gitter an Möglichkeiten. Ich meine, du könntest, du könntest dich auf und dran machen, jetzt die beste Eiscreme zu erfinden. Die beste Nudel, die besten Nudelrezepte für dich erarbeiten. Ja, solche Dinge. Es gibt, es ist unendlich. Es ist unendlich, dieses Gitter der physischen Möglichkeiten da. Und schau, dass du dann eben diesbezüglich oder gerade auf diesem Gitter da die positiven Dinge rausholst. Schauen wir mal. Gruppe 3. Was ist die Message an Gruppe 3, bitte? Was hat die verstorbene Person, an die Gruppe 3 denkt? Für eine Message an Gruppe 3, bitte. Wir sehen, okay. Allein sein. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Ich weiß, dass ich nie alleine bin. Allein sein. Okay. Ich werde dann am Schluss noch aus dem Büchlein herauslesen. Ja, schauen wir mal. Hier vorlesen. Eine Kristallkarte, bitte. Eher nicht. Okay. Es gibt hier... Du scheinst an einem Scheideweg zu sein, wo du... Du hältst an Etwasen fest, weil du Angst hast, dass du sonst alleine sein könntest. Weil da gibt es einen Seil, der hier fast zerspringen soll, aber es wird daran festgehalten. Vor allem nachts. Hier haben wir hinten den Vollmond. Immer dann, wenn du alleine bist, hältst du eher an diesem Menschen fest. Hältst du eher an diesem Job fest. Tagsüber, wenn der Alltag da ist, bist du abgelenkt. Da ist alles gut, aber vor allem abends, oder da gehen wir nach Hause und das Umfeld ist dann nicht da, hast du das Gefühl, dass du daran festhalten musst, um nicht alleine zu sein. Okay. Was ist die Message an Gruppe 3, bitte? Drei Karten, bitte. Was hat die verstorbene Person für eine Message an Gruppe 3? Drei der Schwerter. Frage der Schwerter. Zwei der Schwerter. Das ist dieser Scheideweg hier. Drei der Schwerter hier. Zwei der Schwerter hier. Hier trägt ein Page der Schwerter ein Schwert. Auch hier haben wir wieder ein Herz abgebildet, das nicht blutet. Das Herz würde eigentlich bluten. Schon wenn man es anpiekst, würde es bluten. Hier ist es mit drei Schwertern durchstochen. Page der Schwerter hier. Page der Schwerter ist der Student, der, der noch etwas lernen muss. Die verstorbene Person scheint eher eine Person zu sein, die eher älter war wie du. Ist jetzt nicht eine Person, die von dir gelernt hat, sondern eher dich als Lehrling gesehen hat. Als Schüler, als Schülerin. Das hier muss irgendwie der Onkel, Mama, Papa oder Oma, Opa oder die große Schwester, der große Bruder, ja, das ist eine Figur, die dich eher als süß betrachtet. So, voilà. Oh je, das weißt du noch nicht. Wir haben hier drei der Schwerter. Das ist die Vorstellung davon, was alles sein könnte. Nicht das, was alles ist, sondern das, was sein könnte. Zwei der Schwerter hier. Die verstorbene Person möchte dir sagen, dass du jetzt an diesem Punkt dich spirituell weiterbilden musst. Okay. Das sind Messages von der anderen Seite. Vielleicht werden auch einige von euch bestätigen und sagen, hey, also Inval, so frech, wie du geredet hast, ja, so war diese Person drauf. Es muss eine Message von dieser Person sein. Die Person, an die du denkst, glaubt, dass du hier an etwas noch festhältst, weil du noch nicht reif genug bist, weil du noch nicht siehst, was das für Schlechtes ist, woran du da festhältst. Oder wie wenig dir das bringen wird. Wie sehr dieser Seil hier eigentlich schon fast am Zerreisen ist. Oder es ist fast so, wenn dieser Mensch es ein bisschen unreif findet, dass du einfach nur, um nicht alleine zu sein, an etwas festhältst. Drei weitere Karten, bitte. Ich habe hier viele Schwertkarten liegen. Es haben einige von euch, haben hier jemanden verloren, der die, die Einzige, der Einzige war, mit dem, mit der ihr wirklich reden konntet. Da scheint jemand verstorben zu sein, mit dem ihr wirklich solche Dinge gut besprechen konntet. Okay. Sieben der Münzen. Sieben der Kirche. Page der Münzen. Je länger du hier an diesem Punkt wartest, desto verwirrter wirst du sein, desto weniger wirst du dann deine Möglichkeiten sehen. Das ist eine Person, die hier sagt, dass du hier aufgrund von einer Sache, die nie funktionieren wird, Dinge verpasst, die funktionieren könnten. Das siehst du zum Beispiel, falls du jetzt das zum Beispiel, wo könntest du das sehen? Zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, falls du, falls du jetzt hier Messages holst von deiner Mutter zum Beispiel. Vielleicht ist deine Mutter verstorben, du holst hier Messages von ihr. Ich versuche jetzt hier ein Beispiel zu geben. Und du hast zum Beispiel einen blöden Vater. Ist ein blöder Kerl. Sagen wir mal. Beispielsweise. Und deine Mutter weiß das. Und du hältst da weiterhin an der Beziehung zu deinem Vater fest, weil es ja nicht kaputt gehen soll, weil es ja solche Dinge. Und das wird dich nur noch mehr stagnieren lassen. Deine Mutter will dir dann sagen, hey, du verpasst dann aber dadurch andere tolle Verbindungen zu anderen Mentoren in deinem Leben. mit deinem blöden Vater. Ich versuche das lieblich rüberzubringen. Mit deinem blöden Vater meine ich dann also einen schlechten Vater, der dir schadet, der gar nicht die Vaterrolle wahrnimmt und solche Dinge. Ja, also nicht einmal das, sondern einer, der dir wirklich schadet. Wo du nicht sagen sollst, ja, aber er ist halt mein Vater. Ich schaue jetzt irgendwie trotzdem, dass das klappt zwischen uns und so. Ja, er hat mich zwar bestohlen, er hat mich betrogen, er hat mein Auto kaputt gemacht und solche Dinge. Er hat mich geschlagen und all das, aber ich sollte da trotzdem, ist ja mein Vater, das siehst du, das ist das letzte Stückchen hier, ist mein Vater. Und da will dann die Mutter dir sagen, hey, du, oder du bringst dich an einen Punkt, wo du weiterhin stagnieren wirst und dann neue Möglichkeiten verpassen wirst. Ja, du wirst da andere Mentoren vielleicht finden und, oder öffne dich dem. Du bist nie allein, du bleibst da nicht alleine zurück, nur weil du sagst, okay, mit diesem Vater will ich nichts mehr zu tun haben. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Was hat die verstorbene Person in Bezug auf Beruf, Karriere, Finanzen der Gruppe 3 zu sagen? Bitte, drei Karten, bitte. Todeskarte. Der Wagen. Fünf der Stäbe hier. Moment. Ich habe hier die 13. Große Arkana, hier die 7. Große Arkana, das macht dann die 20. Das ist eben die Urteilskarte, wo eben die Toten aus der Vergangenheit sozusagen kommen. Es gibt hier Dinge, worüber ihr, worüber dieser Mensch Bescheid weiß oder ihr geredet habt und aus irgendeinem Grund hast du das so wie begraben. Das sollst du wieder aufnehmen, sagt dieser Mensch. Da gibt es ein Thema, einen Weg, wo du gesagt hast, nee, ich kann das nicht. Und die verstorbene Person hier sagt dir, dass du dich mit Menschen zusammentun sollst und es versuchen sollst, weil du diese Vorwärtsenergie annehmen sollst. Hier fliegt man auf und davon und vor allem lässt man hier all das, was einen zurückhält. Das Tote, das lässt man zurück und wie ein Phönix aus der Asche steigt man hier empor. Lass all diesen Ballast hier ab, sagt dieser Mensch. Du bist nicht alleine. Du wirst nie alleine sein. Es ist nicht so, dass du hier diese, oder wer auch immer das ist, von dem du dich nicht lösen kannst, von der du dich nicht lösen kannst. Wenn du diesem Menschen den Rücken zukehrst, heisst das nicht, dass dann vor dir da niemand mehr steht. Nee, das sind noch fast 9 Milliarden andere Menschen auf der Welt. Okay. Du bist nie alleine. Es ist nicht so, dass du da, oder zum Beispiel auch jene, die aus einer Familie treten wollen, die sagen, ich kann nicht mehr, oder diese Sippe, mach mich fertig. Es ist nicht so, dass du da dann rausgehst in die Welt und alleine bist. Ja, so wie ein Schäflein, das von der Herde. Nee. Da draußen sind Menschen. Tu dich mit anderen zusammen, sagt dieser Mensch, und verfolge das. Verfolge deine Träume, heisst es hier. Okay, der Wagen ist die Verfolgung von Träumen. Vor allem geht es beim Wagen auch darum, dass man nicht weiss, in welche Richtung es gehen wird. Ja, links oder rechts, schwarz oder weiß, man weiss es nicht. Man vertraut einzig auf die Bewegung. Hauptsache vorwärts. Hauptsache etwas tun. Hauptsache, da ist eine Bewegung im Gange. Und mit fünf der Stäben, eben, da soll man sich auch mit anderen Menschen zusammentun und, 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 und eben, einfach verfolgen. Das Thema weiterverfolgen und vorher noch Ballast abwerfen, ja. Eine sehr stagnierende Energie hier bei drei der, äh, bei drei der Kirche, bei der Gruppe drei. Eine stagnierende Energie. Es gibt hier etwas, das ein Klotz am Bein ist und, und, wenn ich das jetzt objektiv von außen betrachten würde, sehe ich keinen Grund dafür, dass du diesen Klotz am Bein noch hast, ja. Also ich rede hier nicht, nicht von minderjährigen Kindern und auch nicht von, äh, Haustieren, ja, für die du zuständig bist, sondern wirklich einfach, ja, vom Klassischen halt, ja, Menschen, die dir eben, nein, Klotz am Bein sind und an die du festhältst, einfach nur weil, keine Ahnung, ja, ich kenne dich halt aus Zeit der Primarschule oder ist halt mein Vater oder ist halt, oder irgend sowas. Ein bisschen Geschwister, sowas. Da ist irgendein letzter Faktor, der dich dran bindet sozusagen, aber es bindet dich nur so lange, solange du es auch als wichtig ertrachtest. Ja, du kannst auch sagen, nee, ist mir doch scheißegal, ja, dass wir uns aus der Primarschule kennen, ja, ist nur so wichtig, weil ich es für wichtig halte. Nee, halte ich nicht mehr, ist mir egal. Ist mir egal, ob ich jemanden seit gestern Abend kenne oder seit der Primarschule. Und dann, ja, löst sich das auch schon wieder auf. Okay. Liebe verstorbene Person, was hast du Gruppe 3 in Bezug auf Liebe zu sagen? Bitte, drei Karten, bitte. Vier der Kelche, zwei der Münzen, sechs der Schwerter hier. Vier der Kelche, zwei der Münzen, sechs der Schwerter. Du bist nicht sehr konzentriert in der Liebe, will die verstorbene Person dir sagen. Du bist in der Liebe nicht sehr konzentriert und hast dadurch Chancen verpasst. Du, es würde mich nicht wundern, wenn du dann sagst, nee, so bin ich gar nicht. Ey, wenn ich jetzt eine Lebung machen würde, wo meine verstorbene Großmutter über mich redet, wisst ihr, was dir als Freund Zeich labern würde? Also, ja, das ist natürlich klar. Wir gehen hier, nicht jeder kennt alle so, wie man, das ist schon nichts der Fall. Das heißt, ja, fühl dich jetzt hier nicht angegriffen. Das ist einfach die Ansicht von der verstorbenen Person, dass du dich nicht auf eine Person konzentrierst und auch, auch wenn du, wenn du es nur mit einer Person zu tun hast, dich auch auf andere Lebensbereiche konzentrierst und dadurch dann hier etwas verloren geht. Ja, ich meine, da kann man dann auch entgegen, also so entgegen, oder, dass du natürlich nicht einen Mann oder eine Frau zu Prio Nummer 1 machen musst, oder, das ist dann nachvollziehbar. Vielleicht ist das hier eine Person aus einer anderen Ära, ja, der, die findet, dass man, wenn man die Liebe sucht, sich komplett auf das konzentrieren sollte, ja, den Job vernachlässigen, Kinder vernachlässigen, Haushalt vernachlässigen, einfach nur noch rausgehen und, ja, das gibt's. Ich sehe hier die Meinungsverschiedenheit, die ihr zwei habt. Du und die verstorbene Person. Die verstorbene Person sagt, dass du die Liebe viel mehr zu Prio Nummer 1 machen solltest, ja. wichtig ist, was du dazu sagst. Es blüht dir noch mehr Herzschmerz, wenn du die Liebe zu deinem Herzensmenschen da nicht zu Prio Nummer 1 machst, ja, dann wirst du viel mehr Herzschmerz haben, oder, ich meine, das ist individuell, vielleicht sagst du dann, ich werde diesen Herzschmerz nicht haben, weil es mir eben nicht wichtig ist, ja, für diese Person war das wichtig, für diese verstorbene Person, und deswegen hat dieser Mensch diesen Eindruck. Okay, ich lese dir hier noch Alleinsein vor. Das Büchlein ist auf Englisch, ja, deswegen ist die, ist die, Übersetzung holprig. Synchronübersetzung. Loneliness. Aber manche haben hier jemanden aus der Nazizeit, hier unter, ja, bei diesem Verstorben. Ich muss jetzt direkt an die Nürnberger Prozesse denken, da wurde Synchronübersetzung erfunden übrigens. Das ist auch witzig, oder? Also ich muss, ich muss jetzt was sagen, ne, wir nehmen uns jetzt die Zeit, ja, wir haben jetzt das Tor zu den Toten geöffnet. Ich meine, ich bin ja Kurdin, okay, ich bin Kurdin, aber ich muss, ich meine, ich muss, eins muss ich sagen, der Atatürk, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, der konnte Sprachen reden, also das war, das war ein Staatsoberhaupt, und dann erwartet man das ja auch, der konnte Französisch, der konnte Englisch, ich glaube auch ein bisschen Deutsch, auch Türkisch, sehr eloquent, oder das muss man, das muss man zugeben. Und wenn ich dann, diese Nürnberger Prozesse, hey, Kollege, ihr habt ein Reich aufgebaut, ja, jetzt so diese eben, diese, diese Nazi-Politiker, du wolltest da ein Reich aufbauen, ich meine, hast Polen übernommen, hast ein Bündnis gehabt, mit, mit Italien, hast da Österreich integriert, ich meine, du willst ein Welt, man muss doch ein bisschen, die konnten keine Fremdsprachen, diese Leute. Es geht nicht darum, dass sie sagen, Deutsch ist die beste Sprache, also reden wir nur Deutsch, man muss doch, oder, okay, du willst die Welt an einen Punkt bringen, wo alle Deutsch sprechen, okay, gut, aber bis dahin, solltest du doch ein bisschen, also, sollte man doch Fremdsprachen, es gibt heute noch, schaut euch mal die Politik an, es gibt Politiker, die kein Französisch, kein Englisch können, ich finde nicht, dass das irgendwas mit Nationalstolz zu tun haben sollte, also, auch wenn man, auch wenn ich sagen würde, die Schweiz ist das Beste und alle anderen sind Feinde, dann will ich doch aber verstehen, was die Feinde so reden, also, da wurde Synchronübersetzung, erfunden, bei den Nürnberger Prozessen, als diese Nazi-Politiker vor Gericht gestellt wurden, da haben die, die englischsprachigen Richter, haben da kein Wort, die konnten, die kamen, die kamen, zur Kommunikation hatten, die da dann Synchronübersetzer gebraucht, ja, Einsamkeit, schauen wir mal, Einsamkeit, allein sein, diese Karte ist gekommen, weil du daran erinnert werden musst, dass es einen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit, das Gefühl von Einsamkeit kommt davon, dass du die wichtigste Person in deinem Leben nicht wertschätzt, dich, falls das Alleinsein dir eher unangenehm erscheint, musst du daran arbeiten, eine bessere Beziehung zu dir aufzubauen. Nur so wirst du auch andere Menschen anziehen, die deine Seele nähren werden. Wenn du keine gesunde Beziehung zu dir, zuerst zu dir aufbaust, wirst du nur ungesunde Beziehungen anziehen. Um eine gesunde, positive Beziehung mit dir aufzubauen, musst du dir bewusst werden, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Die physische Dimension kann dein Selbstbewusstsein niederziehen, wenn du nicht stark davon überzeugt bist, dass du wertvoll und bedeutungsvoll bist. Sehe Alleinsein nicht als Schwäche. Es ist nur deine Seele, die dir sagt, dass jetzt Zeit dafür ist, innere Arbeit zu machen, durchzuführen. und dein Weg nochmals neu zu definieren. Während du in der Stille deiner Seele sitzt, wirst du merken, dass deine Spirit-Familie, deine Geistige-Familie, deine Lehrer, deine Guides, deine Führer mit dir sind. Du bist nie alleine. Okay? Es wird, es wird jetzt, oder vor allem für jene, die auch so ein bisschen affin sind, ja, für solche Dinge, so wie ich, es gibt dann, oder die werden das eben dann entsprechend aufnehmen. Jetzt einfach für jene, die jetzt nicht sehr viel damit anfangen können, also mit diesem Spirit, oder diese Lehrer, Guides, Spirits um sich herum, die sagen, oder leg du einfach die Karten, schau du mit deinen Guides, aber misch mich, oder misch mich da nicht ein. Okay? Das geht an euch. Du kannst, ja, dein eigener Lehrer sein, du kannst dein eigener Arzt sein, du kannst deine eigene, oder zum Beispiel, zum Beispiel, wenn es da zum Beispiel jemanden gibt, wo du sagst, ey, aber dieser Mensch bringt mich so zum Lachen, ja, oder, und deswegen, oder möchte ich diesen Menschen in meinem Leben haben? Ja, Gott, du kannst dich auch zum Lachen bringen, ja, du kannst dein eigener Liebhaber sein, du kannst dein, du kannst dein eigener Lehrer sein, du kannst dein eigener Koch sein, all das, was du da bei anderen suchen würdest, ja, weil du, wenn du nicht alleine sein möchtest, all das kannst du dir ja selbst auch geben. Wieso musst du erst mal XY treffen, um da einen Filmabend mit Pizza und Weißwein zu machen? Warum? Das kannst du dir selber geben. Du kannst selbst deine beste Freundin sein, dein bester Freund sein, du brauchst da nicht die Involvierung von anderen, okay? Ist schön, wenn die dann auch involviert sind, aber du musst es als erstes dir selbst geben können. Okay? Liebe Leute, wünsche euch schöne Halloween. Bei mir haben die Kinder nicht geklingelt, gut, ich hatte auch keine Dekos oder ähnliches, ja, und ich habe auch nichts Süßes zu Hause. Es wäre peinlich gewesen, die haben bei mir nicht geklingelt. Ich habe sie gehört draußen, aber bei mir waren sie nicht. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, macht's, gell? Macht's gut. Bye, bye.